Die herzliche Begrüßung zweier guter alter Bekannter, die sich keinerlei Sorgen mehr um den Klassenerhalt machen müssen. Pavel Dotschev bis Januar 2021, Coach der Viktoria und sein Nachfolger in Köln, Olaf Jansen, beide derzeit im gesicherten Mittelfeld. Pavel Dotschev mit exakt der gleichen Elf, die zuletzt beim Spitzenreiter gewonnen hat. Sie alle haben es sich verdient zu spielen, sagt der Coach, die Kaderrückkehrer Nazarov, Stefaniak und Majeczak. Dementsprechend zunächst auf der Bank. Das war mit der Kader, die Kader in der Kader in der Kader. Ins Hinspiel war Aue noch als Schlusslicht gegangen. Jetzt Abstiegskampf abgehakt. Neues Saisonziel, ein einstelliger Tabellenplatz. Durchaus ambitioniert, bei 7 Punkten Rückstand auf 1860. Viktoria in der Anfangsphase besser im Spiel. Das ist wunderlich, mit etwas Glück zu Simon Handle. Vierte Spielminute, Führung für Köln. Simon Handle ist 2016 einer der Aufstiegshelden im Erzgebirge. Jetzt kehrt er erstmals als Gast zurück nach Aue. Er braucht keine vier Minuten um zu treffen. Das ist ein Tor. Aue schlecht verteidigt. Viel zu viel Platz für Handle. Die Viktoria mit bemerkenswerter Serie. In den letzten sieben Ligaspielen haben sie immer mindestens zwei Tore erzielt. Sie waren drauf und dran, diese Serie schon in der Anfangsphase auszubauen. Zehnte Minute. Koronkiewicz aus spitzem Winkel. Vier Saisontore hat er gemacht. Letztmals getroffen hat er im Hinspiel. Die Gastgeber wollen zurückfinden zu alter Heimstärke. Zuletzt zwei Niederlagen aus drei Spielen im eigenen Stadion. 14. Minute. Siaric erkämpft sich den Ball. Dann mit etwas Glück zu Besong. Paul Philipp Besong. Erster Abschluss für Aue. Besong in der Vorwoche noch mit Traumvorarbeit in Elversberg. Filigran per Hacke. Hier macht das mit. Gewalt. Die Viktoria selbstbewusst. Nach starken Wochen Rosenlöcher. Schlimmer Fehlpass. In die Füße von Sontheimer. Dann wunderlich auf Risse. Der ehemalige Kölner Bundesligaspieler sucht Meissner. Findet den auch. Und dann Handle per Kopf. Der ist 1,70 Meter groß. Setzt hier per Kopf an zum Doppelpack. Letztlich fehlen Geschwindigkeit und Präzision. Das Hinspiel endete 3 zu 0 für Köln. Es war bislang das einzige Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. Heute kam Aue dann besser rein. Schöner Ball von Thiel. Auf Besong. Nächster Abschluss vom Stürmer. Diesmal voll mit Bärenstarker Parade. Thiel und Besong schon in der Vorwoche am Tor beteiligt. Wunderschöner Außenrisspass auf Besong. Die Gastgeber in dieser Phase haben sich reingekämpft in diese Partie. Und die Kontrolle übernommen. Wunderlich, unglücklich in den Lauf von Besong. Der kommt zu Fall. Aue will den Strafstoß. Pavel Dotschev. Der Schubser gegen Matthias Heydrich. Das war nicht so, dass sie sich mal eben den Vorgesetzten aus dem Weg geräumt. Pavel Dotschev. Die Stinksauer muss von Tomislav Piblitzer beruhigt werden. Das gelingt nur so halb. Besong bekommt den Elfmeterpfiff nicht. Besong bekommt den Elfmeterpfiff nicht. Sie ist durchaus glücklich für Viktoria. Minimaler Kontakt. Der aber reicht, um Besong zu Fall zu bringen. Enges Ding. Die Getränkekiste muss dran glauben. Es blieb hitzig. Die Entscheidung für Viktoria Baison schlägt den Ball auf den Boden. Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer mit Schwerstarbeit in dieser Phase. Gelb für Baison. Und dann ging es raus zur Bank. Mein lieber Herr Dotschev, bitte antreten. Bemerkenswertes Tett-à-Tett. Franziska Wildfeuer in ihrem 2. Drittligaspiel. Pavel Dotschev in seinem 311. Drittligaspiel. Die junge Schiedsrichterin mit natürlicher Autorität. Auch gegenüber dem Routinier. Starke Schiedsrichterarbeit. Die Schlussphase der 1. Hälfte. Aue mittlerweile die aktivere Mannschaft. Starker Antritt von Rosenlöcher. Bentvoll erneut. Exzellent. Taucht schnell ab der Kölner Keeper. Und verhindert das 1. Profi-Tor von Rosenlöcher. Die Partie hatte etwas gebraucht, um Fahrt aufzunehmen. In der Schlussphase der 1. Hälfte ging es dann richtig rund. Dietz auf Sondheimer. Risse. Und Marseiler bekommt den Ball noch irgendwie rumgerissen. Der 1. Hälfte. Das ist natürlich kein Problem für Martin Mendel. Immer noch nicht Pause. 45. Minute. Schnell ausgeführter Freistoß auf Besong. Und Koronkiewicz stört. Im entscheidenden Moment. Besong, Leihgabe vom 1. FC Nürnberg. Der Karl-Oderenberg würde ihn gerne über den Sommer hinaus behalten. Guter Auftritt vom Stürmer am heutigen Nachmittag. Die Nachspielzeit noch mal Köln. Diez kommt mit Riesenschritten. Erzgebirgs-Stadion. Erzgebirgs-Stadion. Noch mal eine gute Gelegenheit für die Gäste vor dem Halbzeitpfiff. 0 zu 1 zur Pause im Erzgebirgs-Stadion. Vor über 6000 Fans. Die hofften auf einen ähnlich engagierten 2. Durchgang. Aber Köln kam wie schon im 1. Abschnitt besser aus der Kabine. Meissner in der 52. Minute. Leihgabe vom HSV. In den letzten 4 Spielen hat er immer getroffen. Kurz darauf Aue. Das ist Siaric. Versucht aus spitzem Winkel. Wir sind gut. Herr Bezong in die Situation geht ab. Und das ist Piotr. Ich habe auch in dieser Phase seine Jungs die Kontrolle. Immer wieder angetrieben von Bezong. Er ärgert sich. Darf doch nicht wahr sein, wie man sich als Stürmer so viel herausarbeiten kann. Und letztlich so wenig draus macht. Bezong bleibt bei 3 Saisontoren stehen. Nur wenige Augenblicke später Und wieder Aue. Nächste Hereingabe. Und wieder ist es Besong. Diesmal fehlt ihm die Entschlossenheit. Starke Flanke von Siaric. Wenn Besong durchzieht, dann klingelt es. Er will es irgendwie mit dem Außenriss versuchen. Reicht nicht zum Ausgleich. Aber weiter die Gastgeber. Siebenundfünfzigste Minute. Das ist Gorzel. Versucht aus der Distanz. Bislang immer voll. Der Sieger gegen Aue. Gorzel im Sommer neu von Tökücü. Nach Aue gekommen. Nach wie vor ohne Tor. Im Erzgebirge. Achtundfünfzigste Minute. Guter Ball auf Thiel. Aue fordert wieder Strafstoß. Franziska Wildfeuer gibt ihn erneut nicht. Und das geht in Ordnung. Thiel kommt nicht ran an den Ball. Geht dann früh runter. Mit den Knien in Benfoll hinein. Es gab den Freistoß für Köln. Richtige Entscheidung. Er hat eine gute Beine. Er ist er. Erster Ballkontakt für ihn. Gleich die dicke Gelegenheit. Die Mannasarow. Eigentlich mit so feiner Schusstechnik gesegnet. Hier verzieht er nach tollem Zuspiel von Tasci. Erster Ballkontakt. Erster Ballkontakt. Erster Ballkontakt. Erster Ballkontakt. Von Viktoria Köln nichts mehr zu sehen. Es spielte nur noch der FC Erzgebirge. Paul Philipp Besong mit dem Ballgewinn. Und dann Nazarow. Gute Bewegung. Guter Abschluss. Am Ende fehlt nichtsdestotrotz. Ein ganzes Stückchen. Trotzdem Aue klartonangebend. Die klar bessere Mannschaft. Der Ausgleich zu diesem Zeitpunkt wäre längst verdient gewesen. Nazarow sorgte für Betrieb. Und machte genau da weiter. Da ist wieder Nazarow. Und diesmal gibt es den Pfiff. 81. Spielminute. Erster Ballkontakt. Der 1. Elfmeter für Aue. Der eingewechselte Mai trifft nur den eingewechselten Nazarow. Nicht den Ball. Klare Sache. Dieser Strafstoß geht vollkommen in Ordnung. Und wer macht es? Natürlich der gefaulte selbst. 82. Minute. Die Mann Nazarow zum Ausgleich. Sein zehntes Saisontor. Sechs davon vom Punkt. Aber Achtung. Noch war es nicht gewonnen. Pavel Docev wusste das genau. Versteinert verfolgt er den Ausgleich. Und sieht dann, wie die Spätzünder vom Rhein noch mal in den Angriff schalteten. 19 Tore in der Schlussviertelstunde. Und Köln wurde noch mal gefährlich. Die 1. Minute. Und die 1. Minute. Pfostentreffer von Wunderlich. Noch abgefälscht das Ganze von Danhoff. Der macht es erst recht gefährlich. Riesenglück für den FC Erzgebirge. Das der nicht einschlägt. Letztlich bleibt es beim 1 zu 1. Aue darf endgültig aufatmen. Das war schon eine sehr harte Zeit in den letzten Wochen. Und können Sie sich vorstellen, wie viel Energie und schlaflose Nächte das alles gekostet hat. Paul Philipp Besong am Ende eine 1 zu 1 gegen Viktoria Köln. Wie bewerten Sie die Leistung Ihrer Mannschaft? Ja, wir hatten eine schwierige Anfangsphase. Muss ein bisschen reinfinden. Aber ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall das ganze Spiel über echt an Brücker waren. Wir haben die Torchancen nicht so gut verwertet. Und ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass der Punkt auf jeden Fall in Ordnung geht. Dimitri Nasarov, wenn es Elfer gibt und jetzt den Ball nimmt, kann der Trainer ganz berückt sein? Eigentlich ja. Bei Dimitri Nasarov bin ich mir relativ ruhig, weil ich weiß, dass er so präzise schießt. Und heute hat er es wieder bestätigt. Und schon ein souveräner Elfmeterschützer auf jeden Fall. Zehn Tore vom Mann mit der Zehn. Er ist der beste Auer-Torschütze in dieser Saison und darf einem entspannten Saison-Endspurt entgegenblicken.